Hey Freunde, ihr könnt mich sehen, äh, nein, okay, ich euch auch nicht, aber hättet ihr mal Interesse daran, mich so wirklich zu sehen? Mich würde es interessieren, schreibt es mal in die Kommentare. So, anderes Thema, da euch das letzte Video zu den Spinnern auf Amazon so gut gefallen hat, bin ich auf die glorreiche Idee gekommen, noch eins zu machen. Ich habe mich auf die Suche gemacht und nochmal ein paar wirklich unglaubliche Spinner gefunden, die es bei Amazon zu kaufen gibt. Glaubt mir, diese sind wirklich cool, viel krasser als die vom letzten Mal. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert diesen und gebt dem Video einen fetten Like. Heute mit den 5 besten Fidget Spinnern auf Amazon. Wenn ihr einen von den Spinnern haben wollt, dann guckt mal in der Beschreibung vorbei, da sind alle Spinner, die ich euch heute vorstellen werde, verlinkt. Also, checkt die mal ab. So, los geht's mit dem Video. EDC Zappeln Tree Spinner Roulette. Das hier ist was ganz Neues. Mit diesem Fidget Spinner ergeben sich ganz neue Möglichkeiten, mit dem Spielzeug zu spielen. Ob auf Partys oder in der Freizeit, mit diesem Spinner hat man wirklich überall Spaß. Das Fidget hat ein sehr schönes Klarlack-Design und die Spins dauern hier ganze 2 bis 3 Minuten. Kosten tut das gute Stück ganze 22 Euro. Ob euch das wirklich wert ist, müsst ihr für euch selber entscheiden. Auffällig seid ihr damit auf jeden Fall. Sammy One Fidget Hand Spinner. Dieser Spinner hat ein sehr elegantes, buntes und wunderschönes Design. Es empfiehlt sich super für die Beruhigung und die Konzentration. Je nachdem, wie schnell ihr den Spinner dreht, schafft dieser ganze 2 bis 3 Minuten durchzudrehen. Dieser Spinner ist sehr still, heißt ihr könnt ihn überall drehen, ohne jemanden wirklich zu stören. Das wurde sogar in einem Test bewiesen. Das Fidget hat eine Aluminium-Legierung und besitzt zudem noch ein High-Speed-Kugellager. Zu haben ist das Teil für günstige 7,50 Euro bei Amazon. Das ist echt nicht so teuer. Link zum Fidget ganz oben in der Beschreibung. Beste D Fidget Spinner. Das hier ist ein richtiges Qualitätsprodukt. Es besitzt einen ultra haltbaren ABS-Körper. Es wurde mit hochwertigem Plastik produziert und ist kein 3D-Druck. Dadurch hat das Fidget sich auch im Test ziemlich gut bewährt. Mit dem eingebauten High-Speed-Kugellager schafft der Spinner ganze 3 Minuten zu spinnen. Zudem wurde diese auch speziell für Tricks designt, heißt wenn ihr Tricks versuchen wollt, dann holt euch das Teil auf jeden Fall. So schafft ihr eure Tricks viel leichter. Verfügbar ist der Spinner bei einem Preis von 14 Euro in den Farben Grün, Blau, Rot, Schwarz und Weiß. Link wie immer ganz oben in der Beschreibung. Hangsong Fidget. Für die komplett Unentschlossenen unter euch kann ich euch das Hangsong Fidget empfehlen. Es ist ein sehr einfach gehaltenes Fidget. Drehen könnt ihr dies ganze 1,30 bis 2 Minuten. Kosten tut das ganze Fidget gerade einmal 2,66 Euro. Also jeder, der sich da noch nicht wirklich sicher ist, ob ihm sowas überhaupt Spaß machen würde, der kann hier zuerst zugreifen, weil das ist echt günstig und zum Testen perfekt. Aber Achtung, die Teile können wirklich süchtig machen. Link zu diesem günstigen Spinner in der Beschreibung. Weighty Fidget Spinner. Der Fidget Spinner von Weighty ist ganz klar der Gewinner in dieser Liste. Es ist ein Profi-Fidget, bestehend aus einem Premium-Edelstahlmaterial. Es ist komplett aus Metall, stoßfest und dadurch hat es auch eine sehr gute Haltbarkeit. Es wurde sehr kompakt gehalten und besitzt dadurch ein geringes Gewicht. Womit dieser Spinner neben der Premium-Qualität auch noch angeben kann, ist die Drehdauer des Spins. Ein Spin dauert hier durchschnittlich ganze 4 bis 5 Minuten. Das ist schon echt lang. Auf Amazon prallt das Produkt bei einem Preis von 35 Euro mit einer Top-Bewertung. Link zum Spinner natürlich in der Beschreibung. Welchen Spinner holt ihr euch oder welche habt ihr schon? Wenn ihr noch gar keine habt, empfehle ich euch diese mal auszuprobieren, weil die können wirklich Spaß machen. Nicht, dass ihr irgendwas verpasst. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video ein Like und abonniert den Kanal für noch mehr coole Videos und checkt die letzten Videos ab und damit haut raus. Wir hören uns das nächste Mal. Bye!